Wusstet ihr eigentlich, dass Doven-Schmürz aus Phineas und Ferb quasi blind ist? Ihr glaubt mich schon wieder nicht, dann schaut euch erstmal das hier an. Der Abfallhäcksler ist wieder verstopft. Der gleiche, den sie erst letzte Woche repariert haben. Was? Sie sind bereits fertig? Sie sind gerade mal 15 Sekunden hier und ich habe die Hälfte der Zeit geredet. Was für ein Klempner sind sie? Ein Schnabeltier-Klempner? Peri das Schnabeltier-Klempner? Peri das Schnabeltier! Herr Schwanker-Tom? Herr Schwanker-Tom! Was ist das, eine Art Latino-Godilla-Cha-Cha-Cram? Hola! Ay caramba,peri das Scha-Cha-Tier! Ich mein Schnabel, offenbar bist du Peri das Schnabeltier und ich war... Wer nutzt die Tür? Ja, das war... Nicht... Nicht... Gut. Man könnte echt denken, Doven-Schmürz sei blind. Oder?